Der Zellzyklus Einzeller teilen sich, um sich zu vermehren. Vielzeller teilen sich, um zu wachsen oder Zellen zu erneuern. Die Zellteilung besteht aus zwei verschiedenen Phasen. Die Interphase und die M-Phase. Wir gehen nun etwas mehr auf die M-Phase ein. Sie besteht aus der Mythose und der Zytokinese. Die Mythose wird ebenfalls in vier Phasen abgeteilt. Die Pro-Phase, die Metaphase, die Anaphase und die Telophase. Diese werden wir Ihnen jetzt erläutern. Der Vorgang der Zellteilung beginnt im Zellkern. Dort befinden sich die DNA-Fäden, welche sich in der Pro-Phase verdicken. Diesen Vorgang nennt man auch Kondensieren. Die Chromosome sind DNA-Fäden, die Erwinformationen enthalten. Nun sind die Chromosomen einzeln zu erkennen. Zwischen den Polen bildet sich die Teilungsspindel. Der Zellkern löst sich auf. In der Metaphase findet eine Spirilisation statt. Das heisst, die Chromosomen werden weiter verkürzt und verdickt. Sie haben sich in einer Ebene angeordnet. Der Äquatorial-Ebene. Und die Schwesterchromosomen weisen zu den entgegensetzten Spindelpolen. In der Metaphase ist es möglich, die verschiedenen Chromosomen nach Form und Grösse zu unterscheiden. Die Spindelfasern heften sich von beiden Seiten an das Zentrumier. Die Chromosomen, welche zurzeit aus zwei Chromatiden bestehen, werden in zwei einzelne Chromatiden geteilt. Der Spindelfaserapparat zieht dann von jedem Chromosom die beiden Schwesterchromatiden zu je einem Pol. Die Tochterchromatiden kommen in der Telophase am jeweiligen Pol an. Danach bilden sich Nukleori und Kernhülle von Neuem. Nach der Telophase ist die Mitose abgeschlossen und die Zytokinese folgt. Die frisch geteilte Zelle kommt nun zur Interphase, die auch Arbeitsphase genannt wird. Die Interphase ist ebenfalls wie die M-Phase in verschiedene Teile gegliedert. Zuerst die G1-Phase. In der G1-Phase nimmt die Zelle viele Nährstoffe auf. Sie wächst, bis sie so gross ist wie die Mutterzelle und bereitet sich auf die nächste Phase vor. Diese nächste Phase nennt man S-Phase. Das S steht für Synthese. Hier verdoppelt die Zelle ihre Erbinformation. Dies wird auch Replikation genannt. In der dritten und letzten Phase der Interphase, auch G2-Phase genannt, wächst die Zelle nochmals und bereitet sich dann wieder für die Pro-Phase vor.